Mein Name ist Verena Böhr. Ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Hypnose-Therapeutin und habe meine Praxis in Waldbüttelbrunn, das ist in der Nähe von Würzburg. Ich war die vergangenen drei Tage hier in Tauberbischofsheim auf der Confidence Hypnosis Masterclass bei der Nicole Wackernagel. Es war ein sehr spannendes Wochenende, eine Ausbildung oder Fortbildung mit vielen Tipps und Tricks, die mich auch in meiner täglichen Arbeit in der Praxis unterstützen, weiterbringen und ich die Möglichkeit habe, mit verschiedenen Techniken die Menschen individuell abzuholen und eben dadurch meine Therapien auch weiter auszuarbeiten, weiterzubringen und ich kann die Fortbildung jedem sehr empfehlen, der sich auch mit Hypnose in der täglichen Praxis beschäftigt und seinen Wissensstand und auch sein Können noch weiter auszubauen.